Ich glaube, wir müssen das ein bisschen ziehen. Ja, es steht fünf Jahre bei euch. Ja, das ist geil. Zunächst mal erklären wir uns solidarisch mit der Fridays for Future Bewegung, die ja heute zur EZB marschieren wird. Die Bewegung sagt richtig, die Anleihenpolitik der EZB muss transparent und neu ausgerichtet werden in Richtung klimapolitische Ziele.